Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Halloween-Projekt zu Ghost Exorcism Inc. Und heute sind wir nicht allein, wir haben einen tatkräftigen Gefährten mit bei uns. Hallo. Oh, einen wunderschönen guten Abend meine Freunde. Ich bin der Tortoranag und bin jetzt ein neues Mitglied auf diesem Kanal und werde heute den guten Max begleiten bei unserer Tour Dämonen und Sehagen. Oh ja, also es wäre natürlich richtig geil, wenn wir gleich am Anfang wieder einen Dämonen kriegen. Also wie ihr hier am Level seht, wir haben das schon mal so privat ein bisschen angezockt und da waren schon ein paar krasse Runden dabei. Also seid da auf jeden Fall gespannt, was euch erwartet. Aber da gehen wir doch gleich mal in eine neue Runde rein, oder? Genau, einen schnellen Auftrag im Familienheim. Ein charmantes amerikanisches Haus. Die Familie, die sich dort niedergelassen hat, bestehend aus einer Frau, einem Mann und einem kleinen Jungen, hat festgestellt, dass in der Nacht paranormale Phänomene auftreten. Was man mit Sicherheit weiß, ist, dass diese Familie von einer Seite der Vereinigten Staaten zu anderen gezogen ist, um unerklärlichen Ereignissen zu entkommen. Es scheint, dass die Spielzeugkiste des Kindes mit der Entität verbunden ist, die sie verfolgt. In letzter Zeit ist diese Familie sehr verzweifelt geworden und hat uns beauftragt, die unterdrückenden, übernatürlichen Entitäten zu bewältigen. Da wollen wir doch mal in unseren Wellen gehen. Mal gucken. Und einmal, um kurz zu diesem Spiel zu kommen. Hier gibt es mehrere verschiedene Aufträge. Das ist im Vergleich ein bisschen wie mit Phasmophobia, wer es von euch kennt. Nur, dass man hier nicht mal herausfinden muss, was das für ein Geist sind, wo man exerzieren muss. Genau. Und da haben wir hier hinten auch verschiedene Items zum Schutz. Können wir ja dann kurz dazu sagen, wenn wir es sollten im Spiel brauchen. Lichter, normale Verbrauchsgegenstände und alles so weiter. Aber, da wollen wir jetzt erstmal losfahren. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. So, da sind wir jetzt auch angekommen. Hier in unserem schönen Fan-Domitzi, will ich doch offen. Oh, aber so. Nimm ich mal ein EMF-Reader mit. So, ich habe uns Beleuchtung gebracht. Hier, die kannst du kriegen. Vielen Dank. So, ich nehme die Videokamera. Natürlich auch mit Nachtsicht. Und den Scanner. Wunderbar. Ich habe die Ghostbox und ich habe den EMF-Reader. Und für die richtige Ausleuchtung nehme ich nochmal ein Flutlicht mit. Die kleine Lampe ausgepackt, ja. So, denn wir haben hier ein schön großes Wohnzimmer. Was ist denn das? Guck mal, dass es noch ist und da waren, wo übel viele Kakerlaken rauskommen. Äh, warte. Ich schaue es mir sofort an. Ich beleuchte hier erstmal alles. Wo bist du? Oh. Kakerlaken kann ich fotografieren. So, und jetzt können wir hier mit der Nachtsichtkamera nämlich den Ort des Ursprungs finden. Dann haben wir nämlich auch, äh, Geister-Ops. Also die gibt es halt überall. Das ist einfach nur ein Hinweis. Aha, das hier ist der Ort, äh, wo es begann oder, äh, wo die Bindung ist oder whatever. Und, genau, den finden wir jetzt als erstes. Hoffentlich. Hier schön im Elternschlafzimmer. Ist er natürlich nicht. Das Gute hier bei der Kamera ist auch, wer es gerade bei den Kakerlaken gesehen hat. Ähm. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Da war er. Na egal, jedenfalls zeigt die Kamera auch an, wenn es irgendwas ist. Danke. Wo bist du? Da hat mir noch kein Klatsch. Ja hier ist auf jeden Fall auch der Raum, der Ursprung. Ursprung? Wo bist du? Hallo. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Er walkt hier gerade am Flutlicht. So und hier mit dem... Ey, jetzt sei mal nicht so unfreundlich hier. So wir hatten gerade 4er EMF. Wo bist du? Ja bist du. Da bleiben viele. Der war... wo ist er denn jetzt? So, also hier mit dem Scanner, ähm, müssen wir nahe an der Entität... Entität sein. Damit er es scannt und das brauchen wir für die Hinweise. Ich hab mal kurz neues Equipment. Und mach das. So und ich stell mich jetzt mal kurz hier raus. Und wir haben hier eine Enzyklopädie. Und haben hier alle Entitäten, die wir freigeschaltet haben. Einmal hier den Schatten. Den haben wir nicht. Also da geh ich dann dazu ein, wenn wir den Geist haben. Jetzt haben wir eine Erinnerung. Sie ist ein unvollständiger, angeschlagener Geist, dessen Körper zersplittert ist. Diese verlorene Seele kann unsere eben nicht verlassen. Sie hat jedoch nicht die Macht, anderen direkt zu schaden. Eine Person, die ihr nahe steht, wird viel Stress empfinden. Aber diese passive Entität wird keine Interaktion mit ihrer Umgebung verursachen. Das ist auf jeden Fall ein harmloser Geist, möchte ich sagen. Das ist eine körperlose Entität, die schwer zu sehen ist. Teammitglieder sollten längeren Kontakt mit der Entität vermeiden. Die Einnahme von Beruhigungsmitteln wird empfohlen. Also wir haben eine Erinnerung. Sie ist gerade im Keller. Warten Sie. So. Okay, wir haben unseren Code. Minus. Minus. Minus gerade, jawohl. Wunderschön. Wunderschön. So. Genau, da haben wir hier die Ghostpedia und da können wir jetzt sicher eintragen. Einen Schatten haben wir nicht. Wir haben eine Erinnerung. Temperatur negativ. Auf dem Analyzer waren 9P None. Oh, die steht hier genau an der Ecke. Genau, da könnt ihr sehen, 9P None. Links von dir am Fenster. Ah. Hinter dir am Fenster. Machen wir nochmal ein Foto von dir. Machen wir nochmal ein Foto von dir. Ja. Sie ist genau an mir vorbeigerannt. Genau in den Keller. Oh. Ja, mir hat sie hier die Kamera noch aus der Hand geschlagen. Ja, hab ich da schon gemacht. So, was hast du denn hier? Ach. Buchbox. Hast du alles mit? Okay. Ja, hab ich alles, aber... Ich geh mit der Box nochmal hinter und versuch mit ihr zu reden. Die ist grad wieder hier irgendwo. Was war denn eigentlich der Code, den wir jetzt haben? Äh, 9P None. Okay, damit nochmal Nummer 3. So, und für die Box müssen wir am Schreckensursprung sein. Bist du hier? Wer bist du? Hm. Okay, da werde ich mal warten, bis sie wieder aus dem Keller kommt oder wo sie auch immer grad ist. Hier hinten. Bei mir. Komm dir grad den Gang runter. Jetzt ist sie bei dir. Also jetzt stand sie vor dir auf jeden Fall. Hör mal, da macht die Kamera aus der Hand zu schlagen. Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Okay. Ich bin hier noch mitten im Floh. Hier hinten. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich... Wär fast umgekippt. Ja, ja. Geh mal grad raus. Bist du hier? Wie alt bist du? Rede mit mir! Hier! Ich schuldigung. Deswegen will die... Die will auch keine Worte. Was? was spricht dieser mann gesagt wie würde der heidi jetzt sagen die schüchtern ja hier kommt die kommt ja gerade lang gelaufen ich stehe jetzt selber über die türen so schön wie du da zulaufen kannst du da lang hin fertig hä wo ist hin Als Elternschlafzimmer ist sie gerade gelaufen. Ich gucke gerade noch einmal die Oberflächen ab. Irgendeine Zeichnungen oder sonstiges. Ah, stimmt ja. Wenn wir ins Kakerlagen ziehen, jetzt ist Beweis, ne? Echt? Ja, das steht ganz unten. Ah. Okay, also wir brauchen fünf Beweise, damit wir extortieren können. Wir haben auf jeden Fall eben F34. Es fehlt nur noch ein Beweis. Hast du gehört? Ja, ja. Ich hab gehört. Deswegen gucke ich hier gerade eben in der Oberfläche, weil er mit uns reden will sie ja nicht. Wie genau vor mir in der Garage, Alter? Das ist doch ein Miststück. Warte mal, wie war's denn mit dem Buch? In der Hand behalten, also aufschlagen, in der Hand halten und dann zu ihr hin. Ja. Aber das wolltest du bei mir auch nicht. Sie stöhnen mit mir lieber voll ins Ohr. Jaja, mir auch. Ich bin gerade mit dem Buch zu ihr in die Garage gegangen. Zack. In die Tür rein, schlägt die mir das Buch aus der Hand. Machst du denn die Tür zu? Das war ich nicht. Die hat hinter mir die Tür zugemacht. Ah, ich glaube, die wollte ein bisschen lieb gehäust haben. Ja. Die wollte wirklich... Schreib etwas ins Buch. Schreib etwas ins Buch. Hier, ich hab ein Buch. Schreib etwas ins Buch, du! Oh Gott. Fast ein Herzinfarkt gekriegt. So, da müssen wir mal kurz ausharren. So, jetzt kommen wir wieder rein. Mal gucken, was haben wir denn überhaupt für optionale Ziele. So, ein Teammitglied hat erfolgreich mit einer Entität interagiert, indem er mit ihr gesprochen hat. Okay, das haben wir abgehakt. Ein Teammitglied wurde Zeuge, wie eine Glühbirne platzte. Das haben wir noch nicht. Und ein Teammitglied wurde Zeuge einer übernatürlichen Störung der Video- oder Fotokamera. Ja, das haben wir. So, was haben wir denn hier noch? Licht haben wir nichts mehr. Verbrauchgegenstände. Äh, Wiedergeburt ist sehr sinnvoll. Die hole ich mal raus, falls einer von uns, äh, umkippt. Zum Schutz haben wir nichts. Ich guck mal kurz aufs Missionsfeld, dass wir da Glühbirne durften wir gerade eben erledigt haben. Ja, das haben wir. So, dann nehm ich noch mal ne Taschenlampe mit. So, Taschenlampe kann man auch in die zweite Hand nehmen und wir suchen jetzt mal verfluchte Objekte. So, da am besten das, was es halt eventuell sein könnte. Aus dem Bereich nehmen. Wo es scheint was anderes zu sein. Das Buch eventuell. Was könnte der letzte Hinweis sein? Hm. Geh ich mal mit dem Buch raus. Na ja, es scheint das Buch zu sein. Was ich auch noch mitnehme ist mal so Vorbildkamera. Das Buch ist auf jeden Fall ne Schreiben. Oberflächen habe ich alle abgeguckt. Man könnte sagen, es ist Audio vor Ort. Ich würde jetzt mit... Max. Max. Ich würde jetzt mit Audio vor Ort gehen. Das muss nicht zwangsläufig... Auf dem... Ähm... Auf der Kasselbach stehen. Weißt du. Was ich da so sehe. Die ganze Zeit bummen, heulen, haren und so weiter. Würde ich mit Audio vor Ort gehen. Äh... Ja, okay. Die Uhr scheint das vielleicht auch noch zu sein. Das ist übrigens unser Abholplatz. Wo wir eben verfluchte Objekte oder so Zeug eben mitnehmen können. Okay. Irgendwas gibt es hier noch. Da ist er gerade durch mich durch. So, da wollen wir das mal finden. Aber was? Das sieht mir fast so aus. 1, 2... Alter, hast du mich gerade erschrocken? Ich hab nur einen Kamerjäger gemacht. Kaka lagen sie weg. Na und... Wer macht den Riss weg? Das macht der Maurer. Ich bin ja Kamerjäger, kein Maurer. Damit hab ich doch nichts zu tun. vor allem das ist ein Wandtattoo, das ist eigentlich voll stylisch. So, gehen wir mal kurz in den Keller. Ah ja, hier unten muss was sein. Können Sie mich mal hier unten nicht belästigen? Belästigen Sie mich nicht. Ich suche hier Ihre Objekte. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, die belästigt mich hier im Keller. Ich weiss nicht was. So. Jetzt ist er weg, jetzt geht sie mir nicht mehr auf den Sack. So, hier unten ist fast alles zum Mitnehmen. Das ist natürlich sehr schön. Woher soll ich wissen, was hier jetzt das verfluchte Objekt ist? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das klingt nach einer Menge Spaß, was du dort oben machst. Äh, ja, wir müssen uns jetzt nur noch mit Sides verletzen und danach hast du die Ehre, aus dem Buch vorzulesen. Im Schrägenraum. Aus dem guten Buch. Na gut, ich suche hier im Keller der Weile mal weiter das verfluchte Objekt. Ich glaube... Ah, da hat es sich versteckt. Ja, damit hätten wir jetzt alles erledigt. Und dann ist alles weg. Exorzismus. Exorzismus. Verlesen. Hier, ich rümpel aus. Ah, die geheimen Akten. Klar sind es die Akten. Das sind die geheimen Stasi-Akten. Da haben wir es. Die kommt von drüben, das habe ich dir. Die kommt von drüben. Und da müssen wir aber öffnen. Jaja. Weißt du, die waren so gut versteckt, die musste ich wirklich fotografieren, damit sie... Die waren halt unsichtbar. Weißt du? Unglaublich. Hast du das Buch? Ach ja. Da ist das. So, da wollen wir mal aus der Heiligen Bibel vorlesen hier. Zeig mal den Kindern, wie das funktioniert. Wir müssen rechts rum. Ach ja, dort hinten war es ja. Allein ins Kinderzimmer. Ja, schön. Bin ich jetzt ein katholischer Priester? Lass bloß die Finger für mich. So. Ich bin kein Korknabe. Aber wir können ihn aus der Machen. Oh, Scheiße. So, da wollen wir doch mal vorlesen. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Irgendwie nicht. Möge dein Wissen, was passiert? Irgendwie nicht. Der Schreckensursprung. Der Helfe ist noch am Schreckensursprung. Ich muss hier weiter vorne stehen. Die hier vorne. Äh. Warte mal, was sind denn Fliegen? Achso, nee, das sind halt Fliegen. Fliegen sind halt Fliegen. Das, was du jetzt wahrscheinlich gemeint hattest. Ja, das sind die Motten dort vorne. Wollen wir probieren? Ja, wir probieren's nochmal. Was? Geh den Raum nochmal ab. Und guck nach irgendwelchen Zeichnungen. Oder, oder, oder. Ja, okay. Ich lese daweile nochmal vor. Vielleicht hat sein Handball aus nie funktioniert. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Es leuchtet bei mir aber auch die ganze Zeit immer nur der erste Satz auf. Egal, was ich vorlese. Ich kann's immer probieren. Also entweder ist es dann das falsche Indiz. Oder irgendwas stimmt. Schauen wir mal. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Ja, nee, okay. Das, 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 das will er nicht. Okay. Hm. Wenn du diesen Ort heimsuchst. Ich hab mich wieder, das war schon dreimal abgezucht. Ich finde hier nirgendwo Zeichnungen oder Schrift oder sonstiges ins Buch, das wir auch nicht schreiben. Zeichnungen, ich dreh durch. Ernsthaft jetzt? Ah ja, ernsthaft jetzt, komm mal in der Garage. Ich bin hinter dir in der Garage. Komm mal hier in die Garage. Und geh mal hier vorne an die Wand ran. Du hörst das, du hörst die Zeichnung sogar. Hier. Ah ja, ich seh, ich seh sie hier auch durchs Dings. Okay. Dann, Oberfläche, Zeichnung. So, reinigen Sie den Schreckensursprung mit angezündetem Weihrauch. Hast du ja, Club, schon gemacht. Ja. Äh, mit Tigerauge. Ja. Äh, Kakerlagenbefall haben wir. Salz? Wir müssen die Ent... Ja. Wir müssen die Ent... Wir müssen die Entität noch mal mit Weihwasser verletzen. Okay. Alles klar. Wo? Hier. Hier vorne geht gerade in den Keller. Bleib stehen! Oh. Ich hänge. Max, schnell. Hier, hier hinten, Stätzel. Oh. Hast du sie getroffen? Ui, schön. Exorz... Jetzt steht hier sogar in der Kamera Exorzismus-Finale. Foto, Foto. Hat er gemacht. Schön. Weißt du, ich hab das ganze Regal hier leergeräumt vorhin. Alter, mein Herz raus ist immer noch. Die hat mich wirklich fast gekillt. Das war richtig knallt jetzt. Tja, komm. Hab dich nicht so. Du bist doch hier der Mann. Ach so. Ich hab hier sogar noch mal Emma Weihwasser für dich. Geil. Was denn was ist das? Wo hast du noch mal... Ach so, hast du das Lezweil mitgenommen? Da, exorziert. Toll. Toll. Toll, mein Herz ist... Hallo. Los, kommen sie rein. Junge Herr. Entschuldigung. Ey. Ja, ist gut jetzt. So, haben wir alles? Wir haben alles. Jawohl. Ich hatte hier zur Not, dass ich sterbe, auch die Wiederbelebungspacks mal rausgeholt. Das ist richtig und wichtig. So, jetzt gehen wir noch mal duschen zum Abschluss. Oh, wie sich das gehört. Circa ist doppelt duschen. Mit aufmater. Yeah, yeah, yeah. Ah. So, wunderschön. Und da können wir jetzt den Auftrag abschließen und nochmal was trinken. Den Müll, den lassen wir hier. Wie sich das für umweltbewusste Amerikaner betrifft. So. Und jetzt, fahren wir wieder nach Hause. So. 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 Die Auswertung auch hier auf unserem Board. Wendet den Exorzismus. Kategorie Erinnerung. Zeichnung. Nein, P, Nein. Wir haben alles gemacht. 420. Geld verdient. Dollar. Euro. Wenig. Mensch du. Ja, ist echt so. Stufe 21 sind wir jetzt schon. Ein paar Fotos haben wir gemacht. Ähm, haben wir, genau. Gesammelte, verfluchte Objekte. Drei Stück habe ich gefunden. Nice. Foto Exorzismus Finale. Gibt auch wirklich was. 24.000, einfach nur ein bisschen, dass du Foto machst und empfiehnte Finale. Ja. Ich drehe durch. Das ist doch mal wunderschön. Und liebe Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wo wir da hingehen, das werden wir jetzt schon mal anteasern. Und zwar, wir gehen nach Belgien in das Fort St. Zemuel und machen eine Rettungsmission. Oh, das klingt spannend. Also, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder rein. Und bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal Freunde. Tschüss. Tschüss.